Die Social Media Kampagne von Zürich, dem offiziellen Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, ist im ganzen Bundesgebiet erfolgreich angelaufen. Schmidt Media war nicht nur für die Produktion der TV-Sports verantwortlich, die Online-Redaktion betreut außerdem den Facebook-Auftritt von Zürich Sports. Hier gibt es mehrmals täglich spannende Infos rund um die deutsche Olympiamannschaft. Schon 3500 Usern gefällt das. Schmidt Media hat seine Repräsentanz in der Hauptstadt weiter ausgebaut. Das Büro im Herzen Berlins ist untergebracht auf dem Gelände der Fernsehwerft. Hier wird unter anderem auch unsere Talkshow Deutschland akut, der Talk mit Friedemann Schmidt, produziert. Immer mittwochs um 23.10 Uhr auf N24. 120 Tage vor den Olympischen Spielen in London war Schmidt Media mit dem Schwerwurf-Weltmeister Matthias de Sordo in Englands Hauptstadt. Die Eindrücke vor Ort? Alles ist bereit und alles wird kontrolliert. Schmidt Media wird als offizieller Medienpartner des DOSB während der Olympischen Spiele exklusiv aus dem Deutschen Haus berichten. Griechenland steht kurz vor den Wahlen wieder im Blickpunkt aller internationalen Medien. Schmidt Media bietet in Athen den optimalen Standort für Live-Berichterstattung. Unser Büro mit bestem Blick auf das Parlament und den Syntagma-Platz. Mit Schwung in den Frühling. Bei schönstem Wetter fand in Frankfurt am Main der 10. Lufthansa-Halbmarathon statt. Ein Event sowohl für Spitzensportler als auch für Hobbyläufer. Auch einige Vorstandsmitglieder der Lufthansa und der Deutschen Sporthilfe sind seit Jahren begeistert mit dabei. Ein Event Ein Event Ein Event Vielen Dank.